Auch dieses Jahr sind wir wieder in Belgien bei The Deloitte Adventure und verbringen ein spannendes Wochenende mit 40 jungen Talenten und 12 Unternehmensvertretern. Uns begleiten Studierende mit naturwissenschaftlichem und technischem Hintergrund. Wir wollen den Talenten die Vielfalt von Deloitte näher bringen, ihnen fachliche Insights geben und sie in entspannte Atmosphäre näher kennenlernen. Darüber hinaus ist das Formula Student Team der RWTH Aachen mit dabei und stellt uns seinen Rennwagen vor. Die ständige digitale Weiterentwicklung macht vor keinem Unternehmen Halt und erfordert die Implementierung innovativer Tools und Technologien. Die Teilnehmer lernen uns nicht nur als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft kennen, sondern bekommen auch diverse Einblicke in unser Beratungsgeschäft. Es ist super spannend zu sehen, wie die Leute hier in den Teams arbeiten aus den verschiedenen Studiengängen. Die Aufgaben angehen, wirklich vielfältig. Es macht echt Spaß. Mein größter Nervenkitzel war heute das Heli Dropping mit dem in die Kurven legen und der wunderbaren Aussicht. Als ich eingestiegen bin, war der Roter schon an. Alles war laut, es hat vibriert. Als wir auf dem Schroer losgelaufen sind, hatten wir dem Wind schon entgegen. War ein klasse Gefühl, also war toll. Die Leute hier sind sehr entspannt und offen. Man kommt sehr schnell ins Gespräch und kann über ganz verschiedene Dinge diskutieren, egal ob es jetzt um das Fachliche geht oder auch um ganz private Interessen. Das Wochenende war herausfordernd, super lustig und ab in die Ehe.